Musik Das Janu Festival ist für mich vernetzen, Leute kennenlernen, die Bock haben auf Nachhaltigkeitsthemen. Einfach ein Wohlfühlort für alle Menschen, die in so einem Netzwerk drin sind. Musik Musik Ja, wir sind total happy, dass wir hier mal wieder zusammenkommen können, gerade nach der ganzen Corona-Zeit oder noch während der Corona-Zeit besser gesagt. Musik Ich hatte gerade einen kleinen Programmpunkt mit angeleitet. Ich habe erst eine kleine Traumreise vorgelesen. Alle haben schön ihre Augen geschlossen, haben so ein bisschen es auf sich wirken lassen und geguckt, wie Lüneburg 2030 aussehen kann. Musik Es findet dieses Jahr zum ersten Mal dezentral statt. Heute haben wir ein dezentrales Festival in Oldenburg. Das Janu Festival ist ein guter Ort zum Netzwerken, um neue Ideen zu spinnen, um neue Aktionen zu planen und einfach einen schönen Tag hier im Garten zu verbringen. Einfach eine schöne Sache, sich mal wieder treffen zu können mit anderen Menschen. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.